Insider, Redaktion und unsere Experten quittieren mir den Frankfurter Komplettumbruch. Lasst die Diva von meinen mal zeigen, wofür sie steht. Emotionen, Hype in der ganzen Stadt und geilen Fußball. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und ich hab Bock auf 06069. Ciao! Ja, also wer in der Frankfurter Folge nicht auf das Babo-Abo drückt, also sorry, dann weiß ich's leider auch nicht. Und damit gehen wir mal rein, denn heute ist nix mit Hollywood, heute geht's um Frankfurt-Brody. Für die unentschieden Könige ging es am Ende auf Rang 6. Serious Sam, den ich hier ganz lieb grüße, der hat mir nochmal richtig schön alles Revue passieren lassen. Dunkle Wolken, schrieb er, als Kolo am Deadline-Day den Verein verließ. Sie haben das Rudi aber trotzdem rumgerissen und wie sie das angestellt haben, rein in die Statistiken. Da gehen wir jetzt mal hin. Frankfurt konnte mit dem Ballbesitz nicht viel anfangen, da muss ich leider Serious Sam nochmal reinholen. Der schrieb mir Schlaftablettenfußball und das trifft es eigentlich perfekt. Man hatte so wenig Kreativität, Esprit, gerade auch bei den Spielen gegen Augsburg, Heidenheim und Union, habe ich hier im Blick, wo man einfach kreativ los war. Und man hatte hier sogar über 60% Ballbesitz zum Teil, konnte mit dem aber nichts anfangen. Dafür spricht dann auch die Schussstatistik. Man konnte die Leute oder die Spieler einfach nicht in gute Schussposition bringen. 12 Abschlüsse pro Spiel, das klingt erstmal viel, ist aber Platz 16 der Liga. Ja, die 12 können wir uns hier kurz merken, denn wir haben auch hier einen positiven Wert der Kehrseite. Nur 12 Torschüsse pro Spiel hat man dem Gegner zugelassen. Das ist wiederum der 5-beste Wert. Also hier konnten die Frankfurter auch mal gut den Riegel vorschieben. Und da hatte Topmöller einen guten Mix gefunden aus Blockverteidigung und hohem Pressing. Das lief dann ganz gut, war aber eher getaktet als Sicherheitsfußball. Jetzt frage ich hier offen in die Analyse, kann man mit Topmöller den nächsten Schritt machen? Schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Ich versuche das hier heute während der Analyse herauszufinden. Die fehlende Kreativität hatten wir angebracht schon bei der Schusserzeugung. Wir müssen hier dann aber auch nochmal den Folgeschluss nennen. Und zwar, dass man dann versuchte, ins Dribbling zu gehen. Und da war man auf Platz 5, 19 Dribblings pro Spiel. Das ist auch ganz schön viel und manchmal einfach auch zu unkoordiniert. Manchmal wusste der eigene Gegenspieler gar nicht, was dann nach dem Dribbling, erfolgreichen Dribbling dann passieren sollte. Deswegen wirkte das oft sehr chaotisch und eher statisch. Die Erfolgsquote hier ist auch nicht so erfolgreich gewesen. 44% schmeckt dann doch eher wie ein aufgewärmtes Toast, eher nach Pappe. Jetzt kommen wir mal zur größten Eintrachtsschwäche. Und das waren die individuellen Fehler, gerade im Abwehrbereich. Das ist teils die Ballverarbeitung, teils auch das Stellungsspiel, teils ist es auch ein Mix daraus. Linken Seite haben wir da auch ausgemacht als Schwachstelle. Da wurde immer mal rotiert mit Max, mit dem Kunku. Da können wir schon rauslesen, da war man immer eigentlich nicht zufrieden. Und wir haben hier 18 Gegentore quittiert aus sorglosem Aufbauspiel. Da ist man ligaweit die 16. Und ich muss hier noch einen Bonus-Stat anbringen. 12 Fehler vor Gegentoren. Auch hier war man unten im Keller zugange. 15. Platz auch hier auch gar nicht gut. Also was hier fehlt, ist so eine Mechanik. So ein harmonisches Zusammenstieg, wie wir es gestern auch in der Leverkusen-Analyse hatten. Und diese Idee muss noch installiert werden. Und einen Mann will ich hier direkt mal anbringen. Das ist Xaver Zembrott. Der kann nämlich Ballbesitz-Fußball. Das wurde ihm quittiert in der FC Bayern-Analyse aus dem Podcast 2022 von Julian Nagelsmann. Der lobt da seine Offensivpositionierung und die Vermittlung einer offensiven Strategie. Er ist jetzt der neue Co-Trainer. Und generell ist hier einiges passiert im Trainerteam. Wir können hier generell nochmal die Vereinsführung nennen. Die vertraut nämlich hier auf Dino Topmöller. Und im Trainerstab haben sie ganz schön durchgewechselt. Ich habe den Co-Trainer genannt. Auch ein Jan Fieser ist ebenfalls dazu gekommen. Und Erwin Bradasch ist gegangen. Also hier wurde für ordentlich Werbel gesorgt. Aber Zembrott wird hier schon ausgemacht als der Ankerpunkt. Die schätzen sich und die kennen sich da mit Dino Topmöller auch im Zusammenspiel. Also hier klare Rollen. Und deswegen ist das für mich schon mal so ein kleiner Hype-Train, die ich hier mal vorfahre. Und eine Hype-Train gibt es vielleicht auch in der Kader-Analyse. Teil 2 Kader-Analyse. Wir sind in der Kader-Analyse. Und hier hat Krösche mal den Frequenzknopf gedrückt. 19 Zugänge, 20 Abgänge. Also komplett Umbruch mit King Krösche. Der Laden wurde ordentlich durchgemischt. Und wir gucken uns den Frankfurter Laden mal jetzt ganz genau an. Wir sehen nämlich direkt mal ein altes Gesicht. Das ist Hugo Eki-Tike. Er wurde fest verpflichtet von Paris. 16,5 Millionen. Und jetzt ist er fest bei der Mannschaft. Hat eigentlich am Ende der letzten Saison mal so richtig gezeigt, was der Typ eigentlich alles drauf hat. Fünf Scorer in den letzten fünf Spielen. Einfach so ein richtiger Wemby-Effekt. Den hatte Sven nur auch beschrieben. Hört da nochmal rein in die Game-Changer-Folge vom 9. Mai. Verlinke ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und er ist wirklich einer, der Frankfurt auf ein ganz anderes Level heben kann. Und dieser Spieler jetzt auch. Und das ist Can Usun. Auch er ist für mich einer der spannendsten Spieler der ganzen Bundesliga gerade. Und er könnte so ein richtiger Überraschungsspieler werden. Habe ich auch in meinen Top-5-Überraschungsspielern der Saison. Checkt da auch gerne mal das Video auf unserem Kanal. Der hat Nürnberg in seiner Premieren-Saison ja auf gut Deutsch durch die ganze Saison getragen. Vielleicht eines der größten Talente Deutschlands aktuell. Kann sowohl die Acht spielen, kann aber auch offensiv alles bekleiden. Und so sein Signature-Move ist, wenn er den Ball über den linken Halbraum nimmt. Und dann schließt er mit der Innenseite ins rechte Eck ab. Das ist so sein Signature. Und den hat er letzte Saison in Nürnberg immer mal wieder unter das Dach geklebt. 18-Scorer beigesteuert. Und verfügt generell einfach über ein sehr hohes Scoring- und Offensivprofil. Gerade über erstklassige XG-Werte. Und hat auch eine super Ballbewegung. Ball-An- und Mitnahme, hat eine ganz cleane Technik. Und generell auch ein super First-Touch. Das haben die Jungs ja bei Find the Pro immer schön im Blick. Grüße an die Brodis. Und er sorgt generell für Gefahr. Wenn er da beim Gegner mal auftaucht, ein super Skillset. Das haben wir genannt. Das ist ein cleverer, mitdenkender Mitspieler. Der auch gut mal den Freund, den mitspielenden Spieler auch mal in Szene setzt. Könnte hier ein richtiger Goldgruben-Pick sein aus der Frankfurter Mannschaft. Neuzugang müssen wir auch hier nennen. Den dritten Mann, das ist Christensen. Er ist die erwartete Soforthilfe in Frankfurt. Er wird geholt für die Viererkette. Rechter Verteidiger, kann aber auch rechter IV spielen. Also auch für die Dreierkette wäre er eine Option. Er sorgt für die defensive Stabilität. Dafür wurde er geholt. Mentalitätsspieler und bringt eine gute Wucht mit. Die hat er auch im Spiel. Also könnte auch mal den ein oder anderen Zweikampf krachen. Und hat nicht umsonst schon die Rückennummer 13 bekommen. Und ich höre schon in der Frankfurter Arena die Hinti-Rufe. Vielleicht ist er wirklich Martin Hinteregger 2.0. Serious Sam hat ihn auf jeden Fall im Blick. Wir haben die 19 Zugänge erwähnt. Da muss ich natürlich noch ein paar hier anbringen. Auf der Tonspur zumindest. Zwei ganz spannende Spieler möchte ich hier noch nennen. Das ist Nene Nathaniel Brown. 21 kam Vichan aus Nürnberg. Die sind natürlich Kollegen. Talentierter Linksverteidiger und könnte früher oder später ein echter Ersatz werden für einen Kunku, der defensiv immer mal ins Straucheln gerät. Der hat auch schon Startelf-Chancen. Genauso wie Mr. Ich spiele eine starke Vorbereitung. Igor Martanovic. 21 kommt zurück aus. Karlsruhe hat da eine überzeugende Saison gespielt. und den einen oder anderen Treffer schon geknipst in der Vorbereitung. Da werden schon die ersten E-Ki-Ti-Ki-Besitzer kommen da schon ins Schwitzen. Aber da könnt ihr alle cool bleiben. Dazu auch mehr in unserer Top 11. Wir kommen zu den Abgängen. Und hier hat sich Kröschel gedacht, dann lasse ich die Kasse doch mal richtig klingeln. Vierteuerster Abgang. Pacho ist gegangen. Eingepatscht und weggeschickt. Haben sie den 40 Millionen. Der geht nach Paris. Und schön, da hat man ja auch mal einen anderen Pariser dazu bekommen. Unter anderem auch ein paar Nürnberger eingepackt. Also gutes Swap-Deals, würde ich mal sagen. Der bringt auf jeden Fall eine hohe Qualität, hat er mitgebracht. Der Pacho. Und deswegen muss hier auch auf jeden Fall noch jemand kommen. Gerade wenn Kunku startet, brauchst du dahinter einen Stabilisator. Wie wäre es denn aus Griechenland mit Konstantinos Kuliarakis von Pauk Saloniki. 10 Millionen Mark wert. Auch da geistert so eine Ablöse in diesem Bereich. Laut Sky, Kicker und Bild soll hier schon sich geeinigt werden. Er ist Linksfuß. Wäre wahrscheinlich der beste Mann und der beste Fit für diese Position. Er bringt eine Progression mit über sein Passspiel. Die ist auf jeden Fall sehr stark. Und ist ein absoluter Zweikämpfer. Zweikampf stark am Boden, in der Luft. Ein Kopfball-Biest. Super Werte hat er hier. 65,2 Prozent auf dem Boden und 71 Prozent plus in der Luft. Also eine absolute Wucht, wenn der hier kommt. Bringt eine Härte mit. Und auch die braucht man, wenn man über die 0-6-9-Leadership-Spieler nachdenkt. Er wäre auf jeden Fall einer davon. Schwachpunkt hat die Redaktion ausgemacht gegen den Ball. Muss ich anbringen. Block, Pässe. Da ist er so ein bisschen, da lässt er schon was zu. Auch gerade ein guter Dribbler. Und da gibt es ja den einen oder anderen in der Bundesliga, der ihm da mal über den Weg kreuzt. Also da sollte er nochmal aufpassen. Ist generell aber ein Upgrade. Und könnte hier sehr, sehr gut ins Frankfurter Defensivprofil passen. Ich passe hier auch nochmal ein paar Namen rein. Udo Kai geistert hier fast in jede Analyse. Teamcheck rein. Den hatten wir auch schon in Verbindung gebracht mit Hoffenheim. Er könnte hier aber auch eine Rolle spielen. Ist noch nicht final geklärt. Auch Linksfuß würde auch gut ins Profil passen. Dann haben wir noch Bernardo. Auch er ist noch nicht final bei Union. Hier geht auch noch ein Tauziehen weiter. Bella Kocha war auch mal im Gespräch. Der lockt es wohl nach Hoffenheim. Und ebenfalls gegangen sind Philipp Max und Sasa Kaleisic. Kaleisic, der hat ja wirklich Pech gehabt mit seiner Verletzung. Konnte dann irgendwie gar nicht mehr seine Qualitäten aufs Feld zaubern. Ja, da war es ein bisschen Pech. Unterm Strich kann man sagen, also Frankfurt hat sich hier wirklich ganz breit aufgestellt. Ich finde gerade in die Kaderbreite und die Qualität, da haben sie schon wirklich was gezeigt. Und hier könnte aber auch noch der ein oder andere Spieler kommen. Gerade für das zentrale Mittelfeld erwarten wir noch einen Hochkaräter. Und den hat Krösche auch schon mal in einigen Interviews anklingen lassen. Da habe ich ein Bildinterview und 20 Millionen Euro habe ich da im Blick. Und ich bringe ihn direkt hier nochmal ganz schnell hinterher. Das ist Pepe Lu von Valencia. Er wäre ein Königstransfer, 22 Millionen Mark wert. Er könnte kommen. Und er ist nicht ausgeschlossen. Wir haben das Interview gehört von Krösche. Wäre nochmal ein richtiger Stabilisator für das Mittelfeld. Und gerade ins Giri, der mit seiner Muskulatur ja auch mal klagt, wäre er nochmal ein richtiger Stabilisator. Hat sich festgespielt in Valencia. Wäre auch ein Difference Maker. Wir rechnen hier noch mit dem Königstransfer und sagen, Pepe Lu ist ein legitimer Mann. Legitimes Gerücht, der könnte wirklich kommen. Und damit gehen wir mal in den Talent-Brudi-Schuppen. Und da haben wir mal direkt Namdi Collins, 20. Sollte eigentlich verliehen werden. Doch er hat die Vorbereitung für sich genutzt und sich aufmerksam gemacht. Er ist nicht der direkte Ersatz für Pacho. Kann hier aber auf jeden Fall ein Backup oder eine Aushilfe werden. Wir haben ihn für die IV vorgesehen. Könnte aber auch mal rechter Verteidiger. Das hat er auch schon letzte Saison immer mal gezeigt. Wir haben Hugo Larsson, 20. Das ist kein alter Schwede, sondern ein junger Schwede im zentralen Mittelfeld. Der hat letzte Saison schon knapp 1900 Minuten abgespult. Also auch schon ein richtiger, ja fast schon Stammspieler. Und war dann zum Ende hin aber verletzt und rotierte dann immer mal raus und kam dann über so Einwechslungen nicht mehr hinaus. Dann, der ist so der 6er, 8er, Nebenmann von Skiri. Hat eine super Ballbehauptung. Unter Druck gehört da zu den Top 3 Prozent der Liga und macht weniger Fehler als drei Viertel der Liga auf seiner Position. Passquote ist im Ansatz auch nicht schlecht. Nur bei der Progression, da hapert es noch. Gegen den Ball arbeitet er sehr gut. Da hat er schon eine sehr hohe Antizipationsfähigkeit und blockiert schon viele Bälle und fängt die richtig gut ab. Generell muss man sagen, der Talentschuppen ist voll hier. Ich nenne noch mal ein paar Namen. Wir haben hier Heulund, der kam aus Kopenhagen. Das ist auch ein starker Mann, der ist 19. Listesh 19, Matanovic hatten wir angesprochen, 21. Dazu mit Santos hast du noch einen starken Torhüter, auch 21. Amenda Hightower im Vereinspodcast, 21. Brown hatten wir genannt, 21. Chaibi 21. Bajohan 19 und Knauf ist auch erst 22. Also du hast hier einen riesen Pool an jungen Spielern mit viel Talent. Und hier könnte noch eine richtige Talentschmiede sich entwickeln. In Frankfurt bin ich schon mal ganz happy und freue mich auf die Zukunft. Und ich glaube, da sind viele Gesichter, auch in Chan Uzun. Und die könnten sich richtig zu einem Frankfurter Gesicht entwickeln. Teil 3, Trainer und Vorbereitung. Das ist Dino Topmöller und er hat eine richtig starke Premieren-Saison abgeliefert. Er kam als Co-Trainer von den Bayern und hat dann mal gezeigt, wo die Frankfurter Eintracht eigentlich auch wieder hin will. Und zwar nach Europa. Und das hat er geschafft in die Europa League geht es mit Platz 6. Und er verfügt erstmal über eine hohe Fachlichkeit. Die wollen wir ihm erstmal hier ausstellen. Und er spricht viele Sprachen. Und das ist auch ganz wichtig, gerade in der United Colors of Frankfurt, wo ja auch viele Sprachen gerne mal gesprochen werden. Und da ist Dino auf jeden Fall der richtige Mann. Und mein erster Punkt ist eigentlich, ich will hier weggehen von Taktik, weil hier kommt eine ganz andere Komponente rein. Und zwar das Trainerteam. Das Co-Trainer-Team wird hier ganz neu aufgestellt. Das hatten wir schon im Rückblick. Komponente Erfahrung kommt durch den Xaver, Zembrod und Jan Fieser. Er bringt diesen Talentblick mit. Er hat nämlich schon die U17 trainiert in Frankfurt. Und deswegen ist er für mich oder die beiden sind hier im Gespann. Das perfekte Mix oder das perfekte Komplementär zu Dino Topmüller. Und ich sage hier, beim Bowling wäre es wahrscheinlich ein Co-Trainer-Strike. Und deswegen sind die für mich, ist das hier ein Top-Top-Notch-Trainerteam. Und gerade in der Offensividee und gerade so was Spielgestaltung angeht, da hast du einen, der kennt sich damit aus. Das ist der Zembrod. Der weiß ganz genau, welche neue Strategie sie da integrieren wollen. Und dann hast du noch jemanden für den Talentblick, der dann auch noch den Spieler super entwickeln kann und perfekt heranführt an die erste Match. Also es ist einfach, es ist einfach mega. Es ist ein Hole in One. So, dann wird hier wahrscheinlich Viererkette soll gespielt werden. Das ist auch sehr umstritten. Gerade in der Fanszene, da haben einige, wollen da doch auch die Dreierkette. Und da wird jetzt ganz viel ausprobiert. Also gerade in den Testspielen haben wir gesehen, wir haben das 4-2-3-1 gesehen, wir haben 4-2-2-2 gesehen, wir haben 4-3-3 gesehen. Von dem gehen wir jetzt auch von letzterer Aufstellung erstmal aus. Das wäre dann mit einem tiefen Sechtern und zwei Achtern daneben. So wurde es auch gespielt in den Testspielen, kam jetzt aber auch mal die Dreierkette zum Einsatz. Auch die ist nicht komplett außen vor. Wie gesagt, Offensivplan wird sich nochmal neu gestalten. Da bin ich jetzt ganz gespannt. Aber ein Element will ich nochmal rausnehmen. Und das ist der Verbindungsspieler Omar Mamouche. Der hat sich nämlich perfekt immer in den Ketten, zwischen den Ketten, Sturm und Mittelfeld eingeschaltet. Immer so in der Zehner-Position, hat da Bälle gefordert. War so ein perfekter Bindungsspieler. Hat dann auch die progressiven Läufe der Mittelfeldspieler immer gut mitgenommen. Und dann aber auch im Zusammenspiel vorne, gerade mit Chaibi und Iki Tike. Da war er einfach super gefährlich und hat halt immer auch gut im Dribbling und hat immer für Gefahr gesorgt. Also er ist hier auf jeden Fall nochmal anzubringen. Und wir gehen rüber in den Testspiel-Check. Das möchte ich auch ganz kurz halten. Wir haben hier zwei Gewinner. Für mich ist es Giri. Der hat da, finde ich, schon wieder auf sich aufmerksam gemacht. Ist auch als Torschütze in Erscheinung getreten. Und er könnte nach einem, ich sag mal, schweren ersten Jahr wieder in seine alte FC Köln-Klub-Chefrolle vielleicht einen reinwachsen. Das wäre auf jeden Fall richtig wichtig für die Eintracht. Und dann haben wir natürlich Matanovic zu nennen. Ja, viele Tore. Hat eine gute Vorbereitung gespielt. Natürlich auch durch seine Size hat er ein gutes Kopfballspiel und hat da immer mal auf sich aufmerksam gemacht. Er ist auf jeden Fall auch ein Gewinner der Vorbereitung und macht auch schon mächtig Druck auf Mamouche oder Iki Tike. Das werden wir auch gleich nochmal abchecken in der Top 11. Und auch nochmal einen Gewinner haben wir jetzt aber nicht mit Bild abgegeben hier. Das ist Collins, das ist auch ein Gewinner der Vorbereitung, weshalb Trainer Topmüller jetzt auch wohl auf ihn setzen könnte oder ihn vielleicht auch nah an der Startelf sieht. Und damit haben wir sie eigentlich schon angesprochen. Let's go. It's Top 11 time. Teil 4, Top 11. Okay, let's go. Und wir gehen rein mit der Viererkette. Es ist das 4-3-3. Es könnte auch noch auf 4-4-2 geswitcht werden. 4-3-4-2-1. Auch das haben wir im Sinn. Dreierkette wäre das dann. Wir gehen jetzt aber erstmal mit dem 4-3-3. Und hinten haben wir No-EM-Boy Kevin Trapp. 100% Gesetz. Er muss sich jetzt aber auch steigern. Christensen 100% Gesetz. Buta ist out. Koch ist Gesetz in der Innenverteidigung. Und sein Nebenmann, den haben wir auch schon angesprochen. Ich lasse hier mal ein Fragezeichen offen. Denn da kann noch jemand Neues kommen. Wir haben den Griechen genannt in der Kaderanalyse. Dann haben wir hier aber erstmal, ich ziehe jetzt mal Tuta hier rein. Tuta könnte dann auf rechts spielen. Rechter e.V. Und Koch linker e.V. Koch jetzt aber rechtsfuß. Deswegen will man hier auf jeden Fall noch einen mit einem Linksfuß verpflichten. Und dann haben wir den Schienenmann eigentlich. Und deswegen ist er da auch nicht bevorzugt. Linker Verteidiger aktuell in Kunku. Das ist aber nicht seine Stammposition. Da gefällt er auch einigen nicht. Deswegen sehen wir hier Brown auch relativ eng dran. Wir nennen hier das mal mit Prozenten 70% aktuellen Kunku. Wie gesagt, Schiene ist first bei ihm. Aber das ist ja jetzt keine Schienenposition, die er da bekleidet. Und 30% sehen wir Brown. Ne, ne, sehen wir ihn auch da. Also er macht schon auf jeden Fall richtig, richtig Druck. Skiri ist gesetzt als Sechser oder Achter. Auf der Sechs könnte Tuta nämlich auch spielen. Dann könnte Skiri auch über die Acht kommen. Wir haben jetzt erstmal Skiri auf Sechs. Und dann seine Nebenmänner. Da haben wir aktuell in der VA Götze. Der verfügt ja auch immer noch über ein starkes Ballhandling. Und generell auch einen super Überblick. Und neben ihm haben wir dann auch Larsson. Die Positionen generell sind aber auch noch nicht ganz sicher. Wir haben ja auch immer noch Alternativen drin. Hier könnte nämlich auch Can Usun. Könnte auch noch eine Rolle spielen. Den sehen wir nämlich auch auf so einer Achterposition. Eher als auf dem Flügel. Der könnte beispielsweise auch für einen Götze. Könnte der reindrücken auf der rechten Seite. Larsson dann über links. Hier ist aber auch noch alles relativ offen. Als Backup für Larsson haben wir Ebimbe. Den ziehe ich ja auch nochmal rein auf links. Ebimbe kommt aber auch über rechts eigentlich. Also auch der könnte auf rechts wandern. Und Usun dann auf links. Also das ist alles hier so ein bisschen Positionsspiel. Das ist noch offen. Wir haben es jetzt aktuell so. Ebimbe als Backup auf links. Und auf der rechten Seite hätten wir dann Usun für den Götze. Mamouche haben wir dann rechts außen gesetzt. Wie gesagt, war immer mal Spekulation, dass er geht. Zum Zeitpunkt jetzt ist er aber da. Hugo Ikitike. Den sehen wir vorne auf jeden Fall als Stoßstürmer in der Mitte. Wie gesagt, Martanovic macht hier Druck. Wir sehen Ikitike aber auf jeden Fall weiterhin vorne. Und auf links Chaibi. Ja, er wird auch als Standardschütze in Erscheinung treten. Deswegen haben wir es jetzt erstmal so. Wir können uns aber auch vorstellen, ein 4-4-2. Das male ich hier auch nochmal ganz kurz auf. Dann wären die Verteidiger, wären ja gleich. Dann hätten wir Chaibi links. Usun könnte über rechts kommen. Aber auch Ebimbe wäre hier ein rechter Mann. Ebimbe kann hier aber alles spielen. Der kann auch zum Beispiel den Achter spielen. Oder auch Schienposition rechts, Mittelfeld, rechter Flügel. Ich ziehe jetzt einfach mal Ebimbe auf den rechten Flügel. Dann hätten wir auf der linken Seite Chaibi. Und in der Mitte ist Giri gesetzt, halb links. Und dann halb rechte Position. Das könnte dann Götze spielen. Das könnte aber, wie gesagt, auch Larsson spielen. Das ist auch vakant. Und dann wäre hier zum Beispiel Usun. Und Ebimbe wäre hier 50-50. Auch Usun könnte dann über das rechte Mittelfeld starten. Wir erwarten ihn aber auch da eher zentraler. Eher in so einer 4-3-3-Schachtel. Also, ja, das wäre aber jetzt mit Ebimbe eine Option. Und wir gehen aber aus von dem 4-3-3. Und so, wie wir es auch eingangs genannt hatten. Das ziehe ich euch hier auch nochmal gerade. Dann die Standardschützen. Ja, generell können wir mal sagen, harmlos vorab. Also, da gucken mich hier die Insider auch mit fragenden Gesichtern an, was bei den Standards eigentlich los war. Nach über anderthalb Jahren das erste Eckentor durch Ekitike gegen Leverkusen. Da war dann mal der Bann gebrochen in der Rückrunde. Ansonsten ist hier wirklich nicht viel Gefahr im Verzug. Wir haben mal für die Ecken Chaiibi. Freistöße auch Chaiibi. Mamouche kann die aber auch nehmen direkt. Und die Elva, da sehen wir auch Omar Mamouche, dass er sich den nimmt. Und was nehme ich mir jetzt mal? Das Auftaktprogramm. Teil 5. Auftaktprogramm. Machen wir ganz fix. BVB 0 Punkte. Hoffenheim, sag ich, Dreier ist drin. Zuhause Wolfsburg 1 Punkt. Gladbach zuhause 3 Punkte. Kiel holst du auch 3 Punkte. Dann bist du mit 10 Punkten und dann hast du einen guten Flirt in die obere Tabellenregion. Und ich hole mir jetzt mal meinen Flirt für das Fazit. Teil 6. Fazit und Prognose. Mutmacher. Generell die Offensivoptionen. Das habe ich ja gerade schon mal anklingen lassen. Also Ibimbe hast du immer noch. Du hast einen Usun. Die kannst du variabel vorne einsetzen. Sogar einen Usun kannst du auch in die Sturmspitze stellen. Auch das könnte er spielen. Oder eine Halbspitze. Auch das ist möglich. Du hast hier generell super viele Optionen. Dann haben wir zwei Unterschiedsspieler. Da habe ich nochmal Usun. Da habe ich aber auch E.K.T.K. im Blick. Die hassen deinen Reihen. Und die haben super hohes Entwicklungspotenzial und hohes Breakoutpotenzial. Also die können jederzeit für die Eintracht Frankfurt jedes Spiel eigentlich entscheiden im Minutentakt. Und dann habe ich noch hier das Co-Trainerteam um Xaver Zembrod. Also das sehe ich auch super stark. Vielleicht ist es einfach ein aus dem Ärmel geschütteltes Ass, was sie sich hier installiert haben. Auch gerade mit Jan Fieser den Talentblick installiert im Trainerteam. Ich finde diese Kombo ist so geil. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das halt richtig perfekt greift. Auch gerade zum Auftakt haben wir eben auch genannt. Elias Giri. Auch er wäre ein Mutmacher, wenn er wieder seine Shape findet, die er auch bei Köln inne trug. Also hier könnte er auch nochmal zum richtigen Stabilisator werden. Er ist auf jeden Fall gesetzt. Er hat das Vertrauen der Mannschaft. Und es gibt da auch Problemzonen in der Mannschaft. Und die gucken wir uns auch einmal an. Wir haben den Pacho Abgang. Ja, wer kommt für Pacho? So, ist es der Grieche Kulirakis. Ja, klingt eigentlich auch wie, ähm, klingt eigentlich auch ganz lecker. Würde ich mir auch, glaube ich, bestellen beim Griechen. Ähm, nee. Also er könnte wirklich ein Difference Maker werden in der Defensive. Da bin ich ganz gespannt. Ich hoffe, die holen den. Weil dann ist es einfach eine Wumme hinten drin. Ähm, genau. Das muss man sehen. Dann haben wir auf jeden Fall die Integration von Usun. Hier sehe ich die Softskills gefragt. Also gerade, wenn er am Anfang nicht spielt, dass man, ja, dass man das auch entsprechend moderiert. Und dass man den dann heranführt an die Mannschaft. Und ihn mir dann aber auch früher oder später auf jeden Fall dann auch Minuten einräumt. Denn er ist so ein richtiger Diamant. Und, ähm, ja, dem musst du halt Schein zum Schein bringen auf dem Spielfeld. Ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich noch die Leader-Thematik. Das ist so, hier fehlt mir der Punch. Also hier fehlt mir so diese 0-6-9-Mentalität. So ein Troublemaker im positiven Sinne. So ein Anführer. So ein Carlos Zambrano. So ein Käpt'n Abraham. So ein Hinteregger, der auch mal mit einer Grätsche einspringt, wo das ganze Stadion aufspringt. Also das würde ich mir doch wünschen, dass hier nochmal einer installiert wird. Jetzt sind gerade mit Rode und Makoto, haben jetzt beide hier Karriereende vermeldet. Wer übernimmt das Zepter? Wer übernimmt das Steuer? Wer hat diese 0-6-9-Mechanik-DNA in sich drin? Damit komme ich zu meinem Club-Rating. Die Top-11. Pacho nachfolger, wo bist du? Ich gebe hier mal vier Sterne. Den Trainer finde ich, ich finde den Trainer super. Aber ich finde das Trainerteam, finde ich ja noch krasser jetzt. Hier gebe ich auch mal vier Sterne. Dann haben wir den Kader. Auch den finde ich stark, gerade in die Breite. Und hier könnte noch ein Pipilu und ein Pacho noch ersetzt werden. Hier gebe ich auch mal vier Sterne, aber auch vielleicht mit einem Flirt auf eine viereinhalb. Ich sehe noch Verein, Club-Rating sehe ich eine 5. Fünf Sterne gebe ich hier, gebe ich das Top-Rating. Ich sehe da mal das Vertrauen zu dem Trainer. Der wurde gehalten, trotz auch, ja, Gerüchte. Da ist man aber cool geblieben. Ich sehe den Zuschauerschnitt. Die Schüssel Deutsche Bankpark ist eigentlich regelmäßig voll. Da sind sie auch Platz drei letzte Saison gewesen. Also da passen fast 57.000 schaulustige Fans rein. Das Ding ist fast immer voll gewesen. Und ja, ich könnte mir ja auch vorstellen, dass so Chan Usun auch das neue Gesicht ist. Vereinswert. Und gesamt gebe ich auch vier Sterne. Und dann sind wir. Die Eintracht geht für mich. Wenn hier noch der ein oder andere Spieler kommt, würde ich mich überreden lassen, die Hürze ranken. Aber ich gehe Stand jetzt aus mit der Eintracht auf Platz sechs. Mein Unterschiedsspieler, das ist Hugo Ekitike. Und er ist wirklich der Mann in Frankfurt. Ist ja auch nice, wenn Igor Matanovic sich jetzt mal gezeigt hat in der Vorbereitung. Ist doch super. Belebt doch den Konkurrenzkampf. Aber Hugo ist der Superstar. Also über ihn läuft die Saison in Frankfurt. Deswegen habe ich das als ersten Punkt gesetzt. Dann hat er noch das Dribbling. Er lässt die Gegenspieler immer schön im Regen stehen. Schickt die einmal schön weg in die Frankfurter Rundschau. Und dann können Sie gucken, wie Sie da klarkommen. Und Defensiv-Ass habe ich auch noch mit reingebracht. Tackles, Blocks. Also der Mann kann eigentlich alles. Also wirklich der Vergleich hinkt mit Viktor Wembanjama. Und Hugo. Es wäre, also Frankfurt wäre selber schuld, wenn sie den wirklich auf die Bank parken. Denn das ist dein bester Mann. Den hast du für 16,5 Millionen geholt. Der muss aufs Spielfeld und die Dinger ins Netz reinzappeln. Ich hatte gesagt, nix mit Hollywood. Frankfurt, Brody. Frankfurt könnte ein bisschen Hollywood-Style fahren, wenn sie, also wenn ich mir diesen Star-Appeal angucke, wenn ich mir den Talentshoppen angucke, da sehe ich viele Sterne. Da leuchtet sehr viel in meinen Augen. Ich sehe ein ganz cooles Trainerteam. Auch das, finde ich, ist eine richtig, richtig geile Kombi. Und geile Kombis, die findet ihr auch in unseren Überraschungsspielern und in unserer Meisteranalyse. Die beiden Videos blende ich euch hier mal ein. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, als checkt mal die Manager-Picks ab. Die haben wir in unseren Shownotes. Auch da ist der ein oder andere Diamant drin. Und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Und sag, Frankfurt, Brody. Tschüss. Unsere Farben, die Schwarz und die Weile. Ich war ein Trakt, neben die Waren leiden, wie die Kirche. Ein Trakt, wir marschieren ohne Furcht und Bläden. Hör auf die Straße, unser Trakt, dumm Kind.